Die Onkels des Deutschrap Bigsafes zum einen rausgebracht, Alben am Start, prägen einfach Deutschrap schon seit, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahren, da ist das krank, was ihr abliefert, ihr seid Maschinen, wir haben den größten Respekt für euch, Deutschraps Duo numero uno, da kann man nichts anderes drüber sagen, aber tatsächlich, wir haben ja einige eurer Videos, oder wir haben, glaube ich, keins, noch eins, haben wir ausgelassen, aus Zeitgründen tatsächlich, Wahrscheinlich wegen Heroes Wegen Heroes, Geisel Wind Letzte Interviewreihe, ja Aber Duo numero uno ist Kandidat für Album des Jahres, bei uns auf dem Kanal, bei unserer Community Korrekt, mein Lieber Dankeschön Wann immer wir einen Celo und Updietrack auf Twitch dran nehmen, ist unser Chat voll und wir einfach glücklich, weil ihr nehmt ja auch tatsächlich den Vibe auf, den Sherlock und ich hardcore lieben feiern, auf der Haut tragen, was auch immer, wie kommt es dazu, wo kommt der Vibe her, einfach weil ihr es selber gefeiert habt? Ich meine, wir haben bei euch auf dem Album Wu-Tang auf dem neuen Album, wir haben ein DMX Sample auf dem neuen Album, wir haben, wie heißt unser Running Bruder nochmal, ich hab's vergessen, Chris Brown Chris Brown, in der Hochzeit von Nemo gesungen, das ganze Thema Auch Houdini True True Es ist wirklich so Es gibt noch einen zurück, es gibt noch einen zurück, den Namen Stuart Jackson Oh Der Julius hat ja den Arm auf dem Beat Es gibt ja Ursprung, Ursprung, das ist so Freestyle Der geht nochmal way back, so dem Ganzen Ja, das ist 80er Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen so dieses Electro-Boogie Mäßig, mäßig, mäßig Okay, verstehe, verstehe Bisschen zivilisierter Bisschen zivilisierter? Ja Bisschen zivilisierter Kennt ihr noch den Song White Horse? If you wanna ride Go ride the white horse Ich hab bis vor vier Wochen Keiner, keiner gerade, ne? Ja, Bruder ist aber Legendary Song Als ich Anfang 1991, 1992 das erste Mal im Ami-Club war in Würzburg, ist das der Song gelaufen Und ich so, okay, krass Ich hab vor vier Wochen erfahren, dass es einfach weiße Dudes sind, die diesen Song singen, Bruder Einfach so mit Fokuhila Ich so, okay In meinem Kopf waren das alles Brüder Und ich hab gesagt, okay, alles klar Kann ich nur empfehlen, bester Song White Horse White Horse White Horse Ja, aber da hättest du dich doch schon wissen müssen, bei White Horse, beim Namen Ja, was Du stehst in dem Club voller Brüder Als einer von wenigen Weißen, außer du bist weiblich Und wann kamen wir diese Jungs? Ey Krasse Reprospektive Aber so trockig Aber es ist halt Fakt, ne? Wahre Geschichte Krasser Fakt, ja Und dann kommt dieser Song, wo du siehst halt den Bruder vor ihr, wie er sie ansieht Und sagt so, Ride the White Horse Ich so, hab ich verstanden, hab ich gedacht War aber nicht so Wir sind halt hier um Klischees zu bedienen Ja, war absolut Stereotyp ist unser Ding Genau das ist es auch Ja, lass ehrlich sein Stereotyp ist unser Ding Aber seid ihr zufrieden mit eurem Album? Seid ihr zufrieden, wie es angekommen ist? Ich würd sagen, einer unserer Meisterwerke Ihr seid auf 14 gechartet auf jeden Fall, ne? Hab ich gesehen Ja, also Charts-Panzierung bin ich jetzt nicht so begeistert, ehrlich gesagt Wie man es gewohnt ist halt Wir hatten ja bisher immer Top-10-Alben Aber was wollen wir machen? Das ist halt so Ich kann es nicht verstehen Ja, ich kann es auch ehrlich gesagt nicht verstehen Aber wie gesagt, es ist jetzt auch kein Weltuntergang, Gott sei Dank Trotzdem bedanken wir uns bei allen Fans Ja Die supported haben 100% die supported haben Ist auch ein starkes Album auf jeden Fall Das ist sehr wichtig, das M-Produkt Egal ob es Platz 14 oder Platz 98 ist Oder 113 Ja, 113 Aber lass es mal ehrlich sein So mit dem Sound, den ihr da kreiert habt Egal ob es ein Mezzerall ist So, so, Def F32 So, der Sound ist brutal Champion ist auch hart Ohne Scheiße Ja, M3 ist da halt auch auf jeden Fall begnadet Begnadet, begnadet Und die Kommunikation mit M3 ist immer sehr gut Wir kommunizieren wirklich sehr, sehr krass die Beats zusammen aus Und M3 ist für mich dieses Jahr Produzent des Jahres auf jeden Fall Ja, fühle ich, fühle ich mit dem, was du sagst Also der Sound, den er macht, ist schon unfassbar Wir haben ja Gott sei Dank durch das ganze Posten hin und her Haben wir ein bisschen Kontakt, haben wir ein bisschen kurz geschrieben Mit M3? Ja, aber es ist halt tatsächlich so Ich mag das einfach, wenn sich ein Produzent so ein bisschen auch noch an den Roots bedient, wo das herkommt Ja, ja, der Hamlet ist krank Das ist ja so seine Agenda Aber du hattest ja bei AON damals schon diesen Vibe so ein bisschen Aber das hier ist nochmal Du hattest noch mit Young Mesh, macht ihr 808 so Der hat es auch noch in die Richtung besucht Aber man muss schon sagen, das ist 2024 wiederum Also der Sound Absolut, absolut Also M3 ist auf jeden Fall eine Maschine Ja Das müssen wir dazu sagen Wir waren übrigens schon heute, seid ihr zufrieden? Weil du hast dich ja durchgekämpft, Bruder Du hast durchgehustelt Mal was Neues ausprobiert Weil die meisten treten ja mit Playback auf und wir rappten ja live Und dann haben wir die ganze Zeit live gerappt All die Jahre und dann habe ich mir gesagt, komm nochmal eine Schippe drauf Einmal so jetzt mit so kaputten Knie und Rücke auf Darf man dich fragen Bruder, darf man dich fragen, was passiert ist? Wie bitte? Darf man dich fragen, was passiert ist? Ich bin aufgewacht und auf einmal hatte ich Schmerzen Ach, so auf diese Filme Ich glaube, ich habe nachts mit drei Buchstaben gekämpft oder sowas Das heißt, ich habe dich jetzt nicht auf die Fresse gelegt, nichts passiert in die Richtung Nein, 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 ich glaube es war ein Einzelkämpfer in der Nacht Okay, krass Das war so Kickboxer 3 gegen die Palmeträger Gott weiß Gott weiß One more time Auf jeden Fall, hier war aber ein Chirurg Ne, wie heißt das? Physiotherapeut Physiotherapeut Und der konnte mich direkt so ein bisschen attestieren und hat gemeint Es sieht nach einer Entzündung aus Wenn ich Glück habe Gerissen sollte es nicht sein, weil dann würde ich Ist er aber jetzt im Kniebereich gerade bei dir? Ist er im Kniebereich? Kniebereich in den Bach Schleinbeutel wahrscheinlich so in die Richtung Boah, jetzt Ja, ist egal Auf jeden Fall gute Besserung von ganzem Herzen Arthrose, keine Ahnung Ich hoffe keine Gelenksarthrose Ich hoffe keine Gelenksarthrose Tegu hat zwar studiert, aber kein Medizin Soweit ich das weiß Nein Ich kenne medizinische Begriffe, aber ich habe jetzt kein Studium Braucht mich auch nicht in der Runde Ja, drauf geschissen Voll kommunikiert Auf jeden Fall danke für die gute Besserung Ja, safe Safe, Digga Aber wie gesagt, was sagtest du? Die Heroes Serie, ihr seid ja auch glaube ich Dreimal insgesamt auf den Heroes Zweimal? Zweimal Kann sein Also heute waren wir jetzt Hat Spaß gemacht In Hannover In Allgäu werden wir auf jeden Fall stattfinden Und was gibt es da noch für die Heroes? Freiburg Nein, da sind wir nicht Wir haben jetzt Freiburg, Allgäu, Geiselwind Nein, da sind wir irgendwo anders Aber Festival ist doch mal bei euch auch Durchgebucht wahrscheinlich Weil live seid ihr einfach eine Erfahrung Das muss man ja auch mal sagen Nimo kam ja auch mit Hartenergie raus heute Ja, Mann Nimo ist ja die Bühne geschaffen Also wie hat diese Bühne geschaffen? Nimo macht, ich sag's ja immer wieder Der macht Musicals Auch diese Running Hook, die er da gesungen hat Das ist unfassbar gut Also das ist so krass Der hat er ja geil umgesetzt In SoSoDev hat er wirklich gekillt auf jeden Fall Es ist unfassbar Unglaublich Das sind ja zwei Lieder sozusagen Aber es ist ja Fabolus, Baby Don't Go Zum einen ist ja Baby Don't Go von Fabolus Ne, aber wir haben das ja von einem noch vorigen Song gesammelt Es gab Houdini Fabolus ist von Houdini Und dann gibt's nochmal Aber wir hatten es halt auch bei uns im Stream Ja, damals auch wieder falsch gesagt Natürlich, klar ist ja logisch Ja, aber es ist wirklich Fabolus, Baby Don't Go Das ist der eine Teil Aber wenn der Ursprung noch weiter zurückliegt Das ist ja dieses Houdini Wenn das genau das Sample ist Bruder, bedien dich Bruder, nimm dir mit, was du willst Aber schau mal Wir wollten doch mal Mit Celo wollten wir doch schon mal die Churros, ne? Ja, die Churros, Bruder Direkt hier Mein Edelster So sieht's aus Danke hier nochmal Danke hier auf jeden Fall nochmal an Bruder Boah, wie die schmecken Was, was? Können die was? Können die was? Danke an Unicad Für mein BMI von 67 Ja Ab, die nehmen das ganze Glas mit Auf jeden Fall Agreed Boah Krass Kannst gerne anmachen Chuck Stanley Chuck Stanley Hau mal Chuck Stanley rein Lass mich kurz checken, ob ich's finde Natürlich finde ich Chuck Stanley Das ist echt hart, Alter Brutal, gell? Die schmecken krass Darf ich euch kurz fragen Wie das dann zustande kommt Diese Produktion Das heißt Pickt ihr dann ein Beat Oder sagt ihr Ihr hättet gerne Ein Beat mit diesem Vorherigen Sample Ja, als beispielsweise Vieles entsteht durch Nostalgie Okay Das ist mit diesen Liedern aufgewachsen Und dann hat man so ein Sample im Kopf Wie zum Beispiel bei diesem Houdini Dann schickt man das M3 Dann M3 macht den Flash Und macht 2024 drauf Ach tatsächlich Dann machen wir unsere Texte drauf Und dann hat man ein Soundbild Und dann sagt man zu Nemo Bratte Kannst du Chris Brown drauf machen Geil Nemo checkt gleich, was gemeint ist Er setzt das um Und dann entsteht Aber das war auch Für mich auch Die perfekte Kombination Mit Summer auf dem Track Auch noch Weil er packt ja auch Ich glaube da hätte Kein besseres Feature Aufgeschlossen Er packt diesen Vibe ja auch Auf seinem neuen Ding raus Das ist sehr, sehr gut Das ist sein Ding auch Das ist sein Ding Das ist sein Ding Summer der Hammer Der Killer Der Killer Der ist auch Rap Summer ist Rap durch Durch und durch Auf jeden Fall Ich habe auch noch nie jemanden gehört Der irgendwie Stress mit Summer wollte Weil er halt auch als MC gut ist Also er ist halt einfach Eine Waffe Auch Urgestein Also wie gesagt Waffe und Urgestein Ja, aber alles Eco-Fresh-Generation German Dream, ne? Ganz kurze Frage Anti-Garantee Summer Feature ist schon was Besonderes Ja, ja Nicht jeder hat Summer Feature Nicht jeder hat Summer Jam Feature, Bruder Cillo Ja, von Chuck Stanley Track-Name Der meiste Klicksal Wie, was? Ich habe es gerade Der perfekte ASMR-Postcast Ich schwöre es euch, Bruder The Finest Nee, the 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 Finest Things in Life Genau Okay, jetzt bin ich gespannt Schauen wir doch mal Wollen wir kurz reinhören? Ja Lass uns kurz Okay Ah, no shit, Alter Baby Don't Go Fairless Da ist das 1 zu 1 Kennt ihr von Fable das Baby Don't Go? Ja, das ist ja auch Das ist 1 zu 1 Wusste ich nicht Krass Das ist ja so final Das ist noch mehr Wayback Chuck Stanley Krass Das ist aber schön cool, ne? Ja, Mann Oh Das ist so 80's Breaker-Sounds Hammer Sehr geil Sehr geil Das ist so nice Sato Solo Sick Sick auf jeden Fall Sick auf jeden Fall Das ist so richtig noch so George-Clinton-Vibes Aus dem Ding raus Das geht Unter die Haut auf jeden Fall Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass ihr euch damit auseinandersetzt Aber das ist halt auch, glaube ich, diese Generation noch Wir hatten es ja gerade mit Baby Joy auch Die ja auch in ihrer Show Ziemlich viele Aspekte so aus den 90ern mit reingebaut hat Und nehmt ihr das auch wahr oder geht das jetzt verloren So diese Roots-Orientierung Brauchst du Hilfe, Bruder? Und ist das gut oder schlecht? Und Leute? Ich denke, diese Retro-Kombinationen gehen immer Ich glaube auch, das kommt jetzt mehr als vorher Also Ich denke, so auch so Sachen Das ist jetzt schon mittlerweile 30 Jahre her Man ist damit aufgewachsen als Kind Ja Und dann kann man das in einem neuen Sound dann umsetzen Also Auch zum Beispiel Wu-Tang, was wir gemacht haben Oder DMX Oder Also Wu-Tang ist ja für mich so mein Homeground Und so, das ist mein Ding Ich habe das Als das 93, das erste Das 36 Chambers-Album rausgekommen Das war ich da gestern Ich habe gesagt, das ist komplett alles verändert Was ich von Hip-Hop verstanden habe Ich hatte keine Ahnung, wo diese Beats herkommen Ich hatte keine Ahnung, wo der diese Samples hergenommen Du hattest deinen Führerschein frisch Was? Konntest du schön cruisen? Damals hatte ich noch keinen Führerschein Aber kurz danach Kurz danach so Sehr geil War im Auto immer gepumpt Immer Wir sind Tatsächlich war Wu-Tang auf ihrer ersten Tour in Nürnberg Das sind so 108 Kilometer von uns weg Und Schweinfurt war einfach leer Weil alles praktisch nach Nürnberg gefahren ist Wir hatten damals keinen so guten Ruf In Deutschland Aber den haben wir auch gut verteidigt in Nürnberg Am Schluss war es fast eine Schlägerei Zwischen ODB und einem von uns Kommt er schon wieder mit den Geschichten The Legendary ODB Western Power Albert Williams Nur liebe Bruder Nur liebe Bruder Aber der Abend hätte schlimm ausgehen können Das kann ich dir garantieren ODB fand es nicht so gut Aber die haben sich dann ausgetauscht Und dann war es auch wieder gut ODB vs. Schweinfurt Krass Der hätte es durchgezogen Weil der hatte eine halbe Flasche Handy Innerhalb von 30 Sekunden Hat auch sein Handy in die Menge gegeben Und gesagt Nicht verschütten Sonst werde ich sauer Und dann ging es los Aber das Spannendste ist ja Wir haben ja auch ein Mitglied von Wu-Tang Europe Aus Schweinfurt Dessen Namen wir ungern nennen Aber hey Der Lord Voldemort Das Rap auf jeden Fall Yojang Ist nicht ganz richtig ausgesprochen Aber ich muss es so erwähnen Am Ende des Tages Aber Dann ist die Fitness auch vorbei Kleine Podcast-Kriege hier Fitna wird jetzt gestartet Haltet mich da raus Meine Regierung hat mir verboten Das ist vollkommen okay Cele und Abdi Sind für nichts verantwortlich Was hier gesagt wurde Wir sind Jetzt die Frage Wenn wir den Scheiß da drin auflösen Abdi Was glaubst du wie das schon? Boah krass Das wäre auf jeden Fall ziemlich heftig Das wird aber zu lange dauern Du weißt nicht wie gut die sind Ich hab doch gegessen Hast du? Ich hab mich am einen gerade verschluckt Ich bin fast gestorben hier hinten Hast du nicht mitbekommen? Hast du keinen Würgereflex? Ich hab einen Würgereflex Aber hilft dir halt nichts Wenn es in der Lunge steckt So gefühlt Und da würde ich sagen Wollen wir mal in das Video reinschauen Dass die Jungs uns mitgebracht haben Auf jeden Fall Ich würde sagen Tonton du Blatt Das letzte Mal Wir hatten das letzte Mal Guck dir das an Cupcakes Teilen wir erst noch aus Sharing is caring so Er will auf jeden Fall Cupcakes Fressflash Fressflash Basketball Bruder Ich mein Serbien hat das schon verdient Die haben aktuell den besten Spieler der Welt Aber Jungs Jungs Ihr seid Legende Deutschland Ich liebe euch Vielen Dank Wir haben wirklich Job gespielt Lass ehrlich sein Es geht nicht besser Dennis El Capitano Du musst dir nichts vorwerfen Aber der Weltmeistertitel Oh ihr seid hier Sorry Aber der Weltmeistertitel So ist einfach Still there Ihr seid Schweinfurt Ihr seid so Basketball-Afin Ja Aber jetzt mal kurze Frage So Bester Fußballverein Nach der SGE FC Barcelona FC Barcelona Ist gut Madrid Kommt ihr klar damit Untereinander Oder Wir hassen uns So El Clasico Praktisch getrennt geguckt Wenn wir besoffen sind Gehen wir aufeinander drauf Spaß Wir sind niemals besoffen Genau Wir gehen so aufeinander Wie kommen wir darauf Auf der Sticht Auf der Sticht Klassiker Er ist gut Lass mir nur kurz Mein Muffin hier essen Die haben sogar So edles Papier Alter Kannst nicht knicken Da kann nichts passieren Bruder Die Amerikaner sind schon krass Wenn die das finden Alles was süß ist Können die gut Süß, fett, tödlich Aber ich sag dir ehrlich Das ist weil uns das so fern ist Aber glaub mir Wir haben die krass rum Süßigkeiten Zum Beispiel die Toffifee Katjes Joghurtgams Katjes, Joghurtgams Toffifee Sowas gibt es nicht in Amerika Raffaello Raffaello Giotto Giotto Europa Ich würde sagen Europa Stärker in Süßigkeiten Ja Mann Nein 100% Das ist nur Flachserei Nein Wir haben die Die haben die Masse Und so Und dieses crazy Zeug Die haben nur die bessere Vermarktung Und buntere Verpackungen Aber bei uns ist mehr Quali Kinderriegelbohle Kinderriegelbohle Kinderriegelkönigsklasse Fertig Haben Amerikaner Kinderriegel erfunden? Schwanz Die Italiener Die Italiener Italiener Aber keiner haben nur Rap erfunden Das ist cool Und das war es auch da In Amerika sind sogar Überraschungseier verboten Warum? Weil du stirbst Weil du alles Plastik isst Oder was? Nein Du darfst es nicht verkaufen Weil Kinder könnten es verschlucken Ungefähr wie packen sie keine Katze In die Mikrowelle Weil in Europa sind die Kinder schlauer Die können das lesen Nicht verschlucken In Amerika peilen die das nicht Deswegen hat es keinen Sinn Diese Dinge Deswegen bin ich in Deutschland aufgewachsen Und meine Geschwister sind alle in Amerika Ganz klar, ne? So, was sagst du jetzt dazu? Was willst du damit sagen, Bruder? Was? I'm smart as fuck so So, und dein Bruder ist stupid oder so? Hey It's different Ist anders einfach in dem Moment, weißt du? Aber ich liebe meine Geschwister I appreciate it Sie können sich mal ein Beispiel Am großen Bruder nehmen Das kann ich sagen Das nächste Mal, wenn du nach Tampa fährst Stirbst du einfach Auf jeden Fall In der Hood ausgesetzt Warst du in den Staaten? In New York Einmal? Einmal Wo warst du in New York? So, überall So, Brooklyn Wir hatten Airbnb in Harlem Nein Spanish Harlem Nee, tatsächlich mittendrin Direkt neben dem Rucker Park Das ist so der bekannteste Basketballplatz der Welt Okay, cool Ist ja genau Was für dich dann Übertrieben Geil, Alter Ich hab schon so einen Basketballfilm Ja, Schweinfurt hat ja Mehr als Fußball Wer ist die Telekombaskets? Nee, wie heißt das? Die Würzburg Baskets Oder die große Baskets in Bamberg Okay, Bamberg Genau, Bamberg in Würzburg Erstligavereine Aber in Schweinfurt haben wir tatsächlich einen Fußballverein Der hat mal zweite Liga gespielt Genau, ein Jahr Die DJK Aber trotzdem Erste 11.05, bitte Ach, du meinst das Fußball Entschuldigung Ja, Fußball Hat mal zweite Liga gespielt Und die Tagesschau abends sagt dann so Ich glaub, es war zwei, drei der Saison vorbei Und die armen Schweine aus Schweinfurt Immer noch punktlos So, das war genau Ich glaub, wir haben ein Spiel gewonnen Das war der Spruch Ein Spiel gewonnen, glaub ich Eins unentschieden Ich war bei Schalke da Markus Marien 7-0 Ich war auch bei Schalke drin Was soll ich sagen Egal, hauptsache mal Schalke gesehen In Schweinfurt Absolut Also das Ding war auch Die Schalke-Fans haben dieses Stadion Bei uns, das ist kein wirkliches Stadion Es war blau Ach komm, Bruder Jetzt red's nicht so klein Es ist schon ein Willi-Sack-Stadion Ist schon hübsch Ist zwar ein scheiß Nazi-Stadion True Problem so Ja, aber wir können den Namen leider nicht wechseln Weil die Stadt gehört der Familie Genau Egal, Basketball kann man sich ja fokussieren Trotzdem Basketball ist ein großartiger Sport Auf jeden Fall Wisst ihr, das Big Boy Hast du es schon erwähnt Dass du Coach bist eigentlich Seit tausend Jahren gefühlt Basketball Nein, das hab ich nicht Weil es hiermit nichts zu tun hat Ja, aber trotzdem Also er ist ja wirklich Im Ehrenamt unterwegs So, er ist Basketball-Nerd Basketball ist schon schön Aber wie gesagt Bist du Coach für Kids oder Eltern? Für U12-Kinder, ja Geil Das ist doch so schön Dass man Kindern Ja, ich muss mich noch ein bisschen umstellen Die meisten Menschen verwundern sich Weil ich hab früher nur Herren und Frauen gecoacht Und bin sehr engagiert Sagen wir, ich hab so die Jugo-Art als Coach Ja Ich bin laut Vielleicht auch ein bisschen cholerisch Ich hab mir ein Beispiel genommen An Obradovic Erfolgreichste Trainer der Welt Was soll ich dazu sagen? Ich hab ein Foto mit dem Mit Obradovic Bayern-Trainer Nein, nein, nein Welcher ist Bayern-Trainer? Jetzt aktuell ist unser Trainer Gordon Herbert Aber davor hatten wir Djordjevic Und davor? Trapattoni Äh, Trapattoni Alter Ich wollte gerade sagen Willkommen zu Trapattoni Ich mein Bayern-Basketball Ja, ja Und wer war letztes Jahr unser Trainer Alter Wirst du Bayern-Fan? Ja, leider Das ist doch ein Bosnier Was heißt, du hast ihn jetzt an seinen Eiern gerade Weißt du? Er hängt Nein, nein, nein Der Spanier war das Wir hatten immer den Coach mit Pablo Laso Soll ich gucken? Zwei Jahre Trinkieri Und davor hatten wir Djordjevic Und Mutapcic 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 Legende Mutapcic Absolut Absolut Legende Auch ein immeriger deutscher Nationaltrainer Aber deswegen dann New York Und Harlem So die Base Und dann hab ich mir alles angeguckt Geil Ich war Staten Island Ich war Brooklyn Ähm Geile Stadt Aber leben wollen würde ich da nicht Alter Das ist einfach too much trouble So überflächlich, Bruder Ja Und einfach Groß Also Da steigt ein Bruder in die U-Bahn Und ich denk mir so Irgendwie riecht's hier nach Weed Er schaut mich an Ich schau ihn an Er so Er hat seinen ganzen Rucksack voller Weed Ging relativ zügig Und die Stadt ist dann einfach groß Also ich bin von Ja aber das ist dann wie Das gibt's ja hier auch In Frankfurt Das ist ja in Frankfurt Aber für mich war das halt so Ich bin zwar ab und zu in Frankfurt Aber jetzt nicht so deep Weil ich da einfach nicht connected bin Ähm Bei uns ist es alles ein bisschen mehr low key Ihr müsst halt verstehen So die kommen aus der Kleinstadt Wir haben 50.000 Einwohner Ja Bayern ist ja auch ein anderer Wind Und Bayern ist ja nochmal ein komplett anderer Film So wir brauchen zwar nicht lange zu euch nach Frankfurt So die anderthalb Stunden Aber Es ist halt sehr klein Es ist sehr dörflich bei uns Wir sind so New York für euch So mäßig Ja Ihr seid auf jeden Fall Vor allem mit meinen Händen Ihr seid so für uns Aber nicht nur für euch Aber für ganz Europa Wow Weißt du so Guck mal Das Haus ist größer als ich So auf die Art Aber du stehst da dann Du stehst da da in New York Und ich steige in die U-Bahn Weil ich hab Ich bin ja geizig Ich wollte nicht so eine Tour machen Auf diese Freiheitsstatue Ich war vorbei Kann ich ein Foto machen Das ist okay Hast du nicht gemacht? Nein Ich bin auf die Staten Island Ferry Weil die ist zu spießend Du hast ab 30 Dollar gezahlt Ich war dort Ich bin kostenfrei nach Staten Island Mit der Staten Island Ferry gefahren Und du stehst halt hier Fährst in Harlem los Ich bin eineinhalb Stunden U-Bahn gefahren Und war immer noch im gleichen Stadtteil Und dann hab ich gesagt Okay das ist groß Eineinhalb Stunden U-Bahn Was kostet hochlaufen Freiheitsstatue? Ich glaube 60 Dollar Ich wollte es gerade sagen 50, 60 Dollar sind es ungefähr 60 Dollar ihre Weil die wollen alle Diese bezahlten Touren machen Wenn Method Man noch da arbeiten würde Hätte ich es gemacht Hat der da gearbeitet? Der hat da gearbeitet Das ist ja auch schon ein bisschen her Ein Stück weit Aber das hätte ich gemacht Das wäre aber cool Hast du geguckt? Ja bis auf die dritte Staffel Aber stopp Die dritte Staffel ist wack Hab ich es gar nicht gesehen Kam jetzt erst draußen Die dritte Staffel ist draußen jetzt Er spaß dir Wirklich Wirklich Okay Die ersten zwei Die ersten zwei waren richtig nice Haben Spaß gemacht Richtig Bock Aber kein Disney-Bashing hier drin Aber die dritte Staffel ist wirklich scheiße Hat es jetzt Disney übernommen oder was? Ja die Disney Hulu gehört zu Disney Aber den neuesten Oder? Ja Hulu ist wie gesagt Der die Produktion Der Streamer Oder der Streamer Der das produziert hat Und die haben das ganze Ding Jetzt praktisch An Disney verkauft Deswegen kannst du Auf Disney Plus Kannst du dir jetzt Die dritte Staffel reinziehen Stell dir vor Das Zeitalter Ein Tarantino-Film Im Disney-Film Unfassbar Wenn du Das wird aber auch kommen Wie hieß dieser Papier-Film nochmal? Schie Welche meinst du? Von Dusty Dawn Ich kam nach dem Club nach Hause Dann lief dieser Film Ich hatte keine Ahnung Worauf mich einlassen Danach war ich auf jeden Fall Zwei Tage geflasht Ich hab nur noch über Stinkende Grüne Weite Blaue War Sehr krass Ich hab sehr gelacht Hübsch 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 So wie Pyramiden in Bosnien Ich hab sehr gelacht Aber wahre Geschichte Soll ich sagen Pyramiden sind am Start Wir haben alles Ich glaube es waren so die ersten Folgen Aber okay Ganz kurze Erklärung Wenn ihr halten wollt Einfach Hand hoch Schaut mich an Schreit Ich stoppe das Ganze Und spin zurück Falls ihr was zu sagen habt Okay Ich bin gespannt Let's get it Hey Toton Ich ramène tous mes amis Lelela Zehn Jahre davor Das Mafia kam Frieden Gleich Mit dem gleichen Einfluss Mit den gleichen Styles Und so Krass So diese Einfach Straßenmusik Immigranten Aber dann auch die Inspiration Für Hafti Euch beispielsweise Auch zum Teil Im Code Also generell Ich würde auch sagen Ein Hafti ist mit sowas aufgewachsen Sick Sick Absolut sick Der Hauptinterpreter Also was heißt Hauptinterpreter Das ist eine Gruppe RIMK Und RIMK hat ein Feature mit Hafti Also RIMK hat ein Feature mit RIMK Habe ich nicht auf dem Schirm Das ist krass Ich habe ihn in Darmstadt getroffen Wir sind nach Paris gefahren damals Ja Und Afti ist in Paris Und da hat er RIMK RIMK Dope Dope Also in einer Woche Ich rieche in der Vitrine Ich werde meine Tage hier Ich bin auf dem Platz 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 Das hat dann auch so diesen 90er Vibe So von Young Black Teenagers Ich weiß nicht, ob ihr das Video noch kennt Dieses Tap The Borderland Twister Cap So diesen Crew-Gedanken Wo alles irgendwie aus der Hood noch mit dabei ist Wo du die Kids dabei hast Wo du da mit einbindest Das fehlt mir so ab und zu Weil du wirklich halt Prägend hier drin Dieses Gemeinschaftsgefühl hast Und das fehlt mir manchmal So im Deutschrap So aus meiner Zeit Definitiv Hip-Hop ist ja so Auch Lifestyle Und Die erzählen zum Beispiel Die Geschichte Wie alle Immigranten Jeden Sommer In ihre Heimat fahren Ja Voll beladen im Auto Ja Sieben Kinder Und ab geht er Ja man Könnt ihr sagen Aus welchem Jahr der Track ist? Wie bitte? Aus welchem Jahr dieser Track ist? 99 99 Sehr dope So viel, dass so einer sagt Ich hab was mit Lexikon zu tun Schau Ja man Schau Vielleicht auch 80 Sag ich jetzt so Nee, scheißegal Aber trotzdem Roundabout Ende der 90er Ist alles gut Ende der 90er Sehr sick auf jeden Fall Ich will, alle, montez les neveux Juste un instant que je mette sur le toit La grosse malle bleue Nombreux comme une équipe de foot Voiture à ras du sol On est les derniers locataires qui décollent Le plein de gasoil et de gazous Pour pas flancher Bilen, va pisser Le temps que je fasse mon petit marché Direction de bord de jour Le pied sur le plancher Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée Plus 24 heures de bateau Je sais c'est pas un cadeau Mais qu'est-ce que je vais kiffer Sur la place Vito A Bejaya City Du haut de ma montagne Avant de rentrer feutard Je vais un petit tour par mois Also ich liebe auch das Sample, ne? Dass er hier so schön Einfach geloopt ist Und der ganze Beat dazu ist Sehr, sehr geil gemacht Auf jeden Fall Geiler Sample auf jeden Fall Ich mag halt auch den Switch Jetzt von den Klamotten In den Bonlieus in Frankreich Zu Ich bin zu Hause Ja, Mann Kriegst halt so den Wechsel Mit auch wie entspannter sein kann Wir hatten das ganze Thema Ja auch mit Takt, ne? Der Bonlieus ja Zwei Jahre gelebt hat, ne? Jetzt sozusagen, genau Jetzt sind sie in ihrer Heimat Und anderes Klima Andere Luft Andere Farbe Andere Farbe Dein Körper fühlt schon anders Ja Ist auch wirklich so J'suis du haut de ma montagne Avant d'rentrer feutard J'fais un p'tit détour par Ouahlan Vu qu'à Paris J'ai des valises et tout tati J'vais rassasier tout l'village Même les plus petits Du tissu et des bijoux Pour les jeunes mariés Et des jouets en pagaille Pour les nouvelets J'voulais rester à la cité Mon père m'a dit Dans ce cas-là J'ramène tous mes amis Alors dans une semaine J'rentre à Vitry J'irai finir mes jours là-bas J'voulais rester à la cité Mon père m'a dit Dans ce cas-là J'ramène tous mes amis Alors dans une semaine J'rentre à Vitry J'irai finir mes jours là-bas J'suis sur la plage J'abou les maths Avec mon zinc et son derbouka Dans la main Un verre de sélecto Imitation coca Une touche de Zididoum Sur le corps et sur les bras Avec mon poste Sur un fond de Zahwaniya On parle de tout et de rien Des nikers au visa De la traversée du désert Au bout où se trouve de Yimah Et mon cousin m'dit Karim, qu'est-ce que vous êtes là ? Il était tellement doux Que j'ai jeté mon cirage en rat Avec deux, trois blédards On tape la discussion Mais Hamoud peut pas s'empêcher De dire que j'suis dans la chanson L'un d'un me dit Moi je t'ai pas vu sur la télévision Il a l'un d'un me dit Ça j'appelle Michael Jackson Il parle trop vite Et on a good blédard Ist auch ein sehr, sehr schöner Flow Was machst du in der Heimat ? Ja, Musik und so Im Fernsehen Ab bist du wie Michael Jackson und so Sagen Kennst du Michael Jackson? Kennst du Michael Jackson, ja Also was ich halt ziemlich dope finde Ist halt auch wie hier mit den Also ich sage jetzt was Nicht falsch verstehen Zu der Zeit Wenn es sagen wir 97, 98, 99 ist Hat in Deutschland vielleicht Eine Crew so gefloat Und auch so mit den Einsatzstücken Von Antworten In den Videos gearbeitet Und das war vielleicht Blumentopf Auf ne Nicht so cornige Art Und die machen das so dope Ja, das ist ja Rap Naja Ich meine nur Du siehst Vorher war das bei uns halt alles So dieser Dieser harte New Yorkschiss Muss auf diesen Takt Muss aus sein So Wenn du das nicht machst Ist das nicht real Und hier hast du halt so Diesen durchgängigen Flow Auch wo du halt einfach Diese Interaktion Mit Leuten in dem Video hast Wo er halt auch antwortet Einfach Weißt du Das mit reingebaut ist Und das haben vorher Bei uns halt einfach nur Corny Crews gemacht Wenn du so willst Das hier ist einfach Das hast du mal gesagt Deutschland hat versucht Einfach 20 Jahre lang Wie Primo zu klingeln Ist Fakt Das sind ja Facts am Ende Und dann haben sie damals 2003 ihn nicht mehr erkannt Als er auf der Bühne war Das war das lächerliche dabei War auf dem Splash Und keiner hat gewusst Wer Primo ist Das war hart Ein Guru steht auf der Bühne Und sagt What's my DJ's name Und keiner hat's gewusst Das war peinlich Alter Also so alt ist er Weiter geht's Auf Esel Der reiht so auf Esel Das war eine krasse Szene 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 Ich mache mir die Bühne Und ich gehe nach dem Spiel Ich mache mir die Playstation Ich mache mir die Playstation Und ich gehe nach dem Televiel Ich gehe nach dem Spiel Und ich gehe nach dem Spiel Oder was ist das? Ich liebe den Beat Auf jeden Fall Ein Meilenstein Hast du sehr schön ausgesucht, Celo Sehr, sehr geil Ist das so spontan? Wirklich sehr, sehr geil Aber es ist auch, so Arab-Samples lassen sich halt auch wunderschön verarbeiten. Das ist halt einfach vom Sound her richtig. Ja, nicht immer. Manchmal ist vieles auch auf Teufel komm raus, finde ich. Ich wollte es gerade sagen, du brauchst ja wirklich das perfekte Sample und musst es halt auch wirklich perfekt einsetzen in dem Moment. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig. Hohe Kunst in dem Moment. Aber es ist hier top gemacht. Also was gibst du ihm, Bruder? Wir haben eine Abstufung bei uns. Wir haben, wenn es richtig whack ist, das ist ein Nope. Wir haben Dope, Dope ist uns und Dope ist uns das Fuck. Was sagst du? Ja, das ist motherfucking Dope Shit as motherfucking Fuck. Ich schließe ja bei den Dope ist das Fuck. Holt mich auf jeden Fall hart ab. Das ganze Thema hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke für die... Gerne, gerne. Immer wieder. Jetzt können wir was für unsere Rap-Bildung noch tun, tatsächlich. So sieht es aus, ne? So sieht es aus. Von daher würde ich sagen, ich bedanke mich bei Deutsch Raps, Duo Numero Uno. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Wollt ihr noch Promo rausballern? Und ganz ehrlich, streamt das neue Album. Es klingt so hart, Leute. Generell streamt unser Album. Unterstützt alle Künstler von 385 Ideal und die in unserem Umfeld sind, die mit uns zusammen sind. Ja, Mann. Olexesh, Nemo, Amo, Shubi, Crime. Shubi, Acapella, den haben wir ja. Und die ganzen Rapplarü-Jungs auch, natürlich, die sind auch sehr stark. Neue Generation ist am Kommen. Moonboys, Ayman, Ilohanaga. Da kommen einige jetzt. Wir haben euch auch beim Champions League Freestyle gesehen und sind tatsächlich ein bisschen eskaliert in unserem Stream, glaube ich. Hast du gesehen? Habt ihr schon eine Reaction von uns gesehen? Ja, ich hab mir was von anguckt, wo ihr auf uns reaktet habt. Okay. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ihr macht es cool. War okay? Hat euch getauft? Super, mich hat es gefreut. Ich fand es cool. Sehr cool. Danke. Dann kann ich heute beruhigt schlafen gehen. Danke, dass ihr es wahr gemacht habt. Wir sind super dankbar. Echte Deutschrap-Legenden hier im Haus. Wir sind dankbar. Vielen Dank. Podimob, wir sind raus. Vielen Dank, Celo und Abdi. Ewa. Dankeschön. Steine Dev. Und ciao. Peace.